So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen PvP-Video. Ja, ich denke, ich darf sagen, endlich ist es soweit. Ähm, ja, und ihr wollt sicher auch den Grund wissen, wieso es so lange keine PvP-Videos gab. Ähm, erstens, ich versuchte es, ich muss zwar sagen, nur einmal, und da lagte es extrem. Und, äh, ja, es, das war einfach wirklich sehr, sehr mühsam. Ich hatte da auch etwa 20 oder 30 Ränge verloren, was für mich sehr mühsam war, da ich eigentlich einen guten Rang hatte. Oh, zwei Sins, nee, hör auf, hör auf. Oh, ich, ich restore mich besser mal. Zwei Sins, genau darum. Ah, nee, ein Archer, ah, cool. So, ich werde jetzt da meinen... So, schnelle Heilung. Oh, nee, hör auf. Wenn man es sich regnet, was für mich ist... So, Ja, mein Archer, ah, nee, hör auf. Uuuu, entschuldige fürs nicht kommentieren. Uuuu, ich habe ihn gehealt. Ach, wie dumm bin ich. Okay, dieses Match gewinnen wird ziemlich locker, würde ich jetzt behalten. So, ah, der Archi ist noch da. Ah, na. Okay, bye. Thanks for the run. Thanks. Und, boah, nee, wir haben nicht wahnsinnig viele. 15 Ränge haben wir gut gemacht. Jo, also, wir suchen eine neue Gruppe und dann wird's weitergehen. Also, weiter geht's im Garnisons-Quartier. So, mal schauen, dass... Oh, der hat PVP-Rüstung oder zumindest Teile davon, das ist gut. Ich denke auch nicht, dass der so schlecht ist. Schauen wir es uns mal. Info... Wow, wow, 6000. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Restore erhalten wir es selbst. Ich hätte eigentlich das letzte Mal... Ich muss einfach wirklich schauen, dass es... Oh, nochmals gegen die Gleichen? Eventuell. Eventuell. Eventuell nochmals gegen die Gleichen. So, ich stehe... Ich... Was macht denn der? Oh, Mist, Mist. Schnelle Einung. Göttliches Licht. Ich liebe einfach diesen Zauberstil. Ich liebe den. So, wieso renne ich eigentlich nicht mehr? Äh... Warte, sag ich gleich. Ich habe ihm gesagt, dass ich eine Facebook-Fanpage habe. Also, Restore ist auch immer wichtig. So, der Sinn... Oh, der Sinn. Mein Gott. Der verliert ja auch Leben. Wo bist du? So, wo bist du? Sinn. Sinn. Ah, da bist du. Gut. Also, der ist tot, der eine. Aber eben, Heal ist immer eine gute Kombi. Also, Heal und Sinn ist eine gute Kombi. Aber eben, man kann auch verlieren, muss man sagen. Aber eben, viele machen nicht mehr Arenas. Das finde ich irgendwie schade. Weil, jetzt ohne diese Leute... Ah, nein, nein, nein. Nicht kriegen. Nein, nein. Wo bist du? So. Ah, der hat einen Skill, glaube ich. Wenn man da... Nee, hör auf. Wenn du... Ah, Gif up. Gif... Up. Oh, 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 oh. So. Muss ich mich heilen? Was, der lebt noch? Nee, eben. Ah, der ist tot. Eben. Ah, wir haben gewonnen. Nice. Sehr cool. Sehr cooles Team, muss ich sagen. Nice. Ich glaube, noch eine Runde. Und wie viele? Ah, endlich komme ich wieder in meine 1500er Zone. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Also, nochmals im verlassener Schrein. Wieder mit dem... PVP-Sinn. So, ich sag jetzt mal das wieder auf YouTube. Say hello. So, einfach mal so aus Spaß. So, dass ihr auf YouTube kommt. Also, stay close. Hi YouTube. So, wir haben einen Crash. Gibt's doch nichts. Okay, wir sind anscheinend immer noch hier. Mal schauen. Oh, er ist wahrscheinlich einfach in den Sneak Modus gegangen. Wo ist der? Ah. Ah, nee. Er ist tot. Ah, sorry. Crash. Ah, vielleicht kann ich ihn resen. Oh, oh. Okay, das wird ziemlich schwer. Ja, das war ziemlich unmöglich. Schade. Wow, der hat die Epic Waffe. Cool. Ja. Nicht schlecht, der Untote. Nicht schlecht. Also, nochmals mit unserem... PVP-Sinn. Sagen wir's jetzt mal so. Assassin... Wine... Morted. Ich glaub... Das wird jetzt einfach ge-crashed. Also... Too fast an diesem Map. Okay, ich versuch's. Also, ich laufe einfach mal die noch. So, noch Restore. Ich selbst. Oh, sauber hat er ihn genommen. Sauber. Aber extrem sauber. So, ich geh mal wieder in Restore. Aber wieso gehen die zuerst auf ihn? Das versteh ich einfach nicht. So, ich bleib jetzt bei ihm. Also, er scheint ziemlich Pro zu sein. Obwohl er nur... Ich glaube... Ich glaube, er hat nicht Voll-PVP-Ausrüstung. Sein Rang ist einfach... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Uh. Das war jetzt nötig. Und. Und , und göttlichen Hauch. Boah. So, aber ich glaube, die können wir besiegen. soll ich meine frau nee noch nicht noch nichts noch zu viel für den freien willen so wo ist unser junge gehen wir auf den anderen gehen wir auf einen bitte bitte also jetzt ist gute zeit für den skill so ich muss einfach mal wieso geht er zuerst nicht dafür wissen wir was sonst gehe ich auch mal auf den aber hatten jetzt glaube ich auch gebracht ja sauber sauber ich glaube das ist ein ziel ja nochmals cool cool war bis jetzt haben wir nur siege das ist sehr gut und endlich komme ich wieder in die 1500 war der angole ist ja mal schlecht so schlecht war ich ja noch nie war ich ja nie krass naja aber eben für das ist keine pvp ausrüstung habe nicht schlecht nicht so schlecht also nochmals in garnisons quartier was ich eigentlich sehr cool finde ja eigentlich das meine lieblings arena kommen so sagen das wenn ich ja auch geben oft wirklich gut gemacht die arena also so hat er jetzt ein restore so wenn wir nochmals gegen die gleichen müssen ist sie natürlich nochmals gewinnen so ich würde euch empfehlen als hiel genug restore zu machen weil wenn sie dann warten dann könnt ihr das auch mal schön vergessen und das ist mühsam also er geht da wieder in den schleichmodus oh da er nimmt er oh ne 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 auf den anderen nee pray pray so haben wir gegen die nicht schon mal gespielt ah doch die waren so einfach so so jetzt will ich auch mal ein slain ah danke 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 jetzt kann ich mich gleich heilen oder auch nicht oder auch schon doch es geht doch ich kann mich heilen jetzt war problemlos so weg mit dir ja getötet endlich nice aber das war ein bisschen knapp bisschen knapp aber ich ja wenn ich gestorben wäre hätten wir auch noch geschafft endlich bin ich wieder auf meine 1500 endlich wird wieder mal Zeit ja wir sind jetzt bis jetzt wirklich nur am gewinnen also voila und endlich hat es keine legs mehr so sind es oh ne ne das sind andere das sind andere die nicht allzu schlecht oh der apfel pvp ist oh das wird schwer oh da nehme ich jetzt mal freiwillig boah das war nicht schlecht da hätte ich sprayen müssen boah die waren echt gut die werden wahrscheinlich boah 2007 boah boah so einen hohen rang habe ich glaube ich noch nie gesehen boah das ist ja krass ich muss sagen ich war zwar auch nicht der beste ich hätte prähen müssen ich hätte gedacht dass da mit schneller heilung locker noch was drin liegt so voila boah oh ne nicht nochmal die gleichen nicht nochmal die okay also schnelle heilung also boah lag 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 so zu man schla- boah 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 das sieht einfach nur wild aus oh das ist auch ein heiler jokinin keine chance keine chance keine chance wirklich das ist einfach nur wild aus der die 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 sie neun es wird immer besser also ich musste mir noch mal für das letzte mal noch mal eine gruppe suchen ich könnte mir eigentlich mal schauen auf was ich wollen könnte irgendwie finde ich die robe immer cool weil also die schuld schulden pads und die robe sind immer cool aus gehen wir sonst mal ein bisschen schauen da gibt es immer noch die klassische arena halt tränke und monopods die nämlich nicht weil ich finde das ist einfach verschwendung also ihre zahlsketten sollen wir hier zu viele münsche ist krass okul wir haben jemanden fern sachen hiel an ins match cool cool ok ich glaube wenn der auf pvp geskillt ist dann gibt es den gegner heute als abendessen also sogar noch pvp rüstung in brau nicht schlecht so das ist nicht gut ne bitte noch mal nicht nochmals die nicht nochmals nicht nochmals die wo bist du wo bist du boah ich werde so gestand ist krass boah das ist einfach nur krass ich denke die machen das irgendwie extra das ist einfach nur krass irgendwie habe ich das gefühl ich sollte mein freier wille benutzen aber in dieser war dann warte ich dann doch ab und dann war es schlecht also ich glaube ich belasse es jetzt mal bei dem ich werde wahrscheinlich noch kurz zeigen was ich mir kaufen werde also nee das ist das pvp mount kann das sein nein kaputt ins kämpfers ne bambol ne oder warte mal anprobieren ne das glaub ich nichts für mich das ist doch für mich genau also was boah das zeug ist ja extrem teuer was könnte ich mir als erstes kaufen ich finde die robe halt noch cool die sieht sehr cool aus ist aber einfach sehr teuer und der hut was weiß ich wie sieht der aus ja nicht speziell aber ja ich gehe sicher natürlich zuerst auf dieses outfit hier aber eben das gibt natürlich einige arbeit und ja dann hoffe ich euch hat dieses erste pvp video mit meinem level 70er heal gefallen es ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen länger geworden und ja dann bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal